Hallo, Sion! Wenn wir dann wieder spielen sollen, was bedeutet denn, dass ich meine Garnattenscheid einstelle? Okay. Okay, ich mach's selbst auch. Ja, da ist ein Riesplatz, ja? Oh, das wird da blöd. Warte, wir kommen zu dir. So, in dem Lobbybereich. Okay. Ja. Das ist nicht so, dass du da bist. Das kann eigentlich nur der Bereich sein, wo du jetzt gerade bist, da vorne. Aber das bringt ja nichts, wenn wir ihn da haben. Da muss er dann im Motor rauskommen. Du hast die Pilscheid. Ja, wir sind sicher. Oh, das waren so meine Hände. Oh, ja, das ist ja da. Ach, scheiße, jetzt hat sich den schon zusammen. Das krieg's. Ja. Jawohl, denke ich so. Soll ich die Position halten, oder? Ja, das ist immer okay. Ja, halte Position. Ich mach mein Festplatt. Du machst Piraten und... Äh, ja, das ist eigentlich schon. Schaffst du vielleicht, gelegentlich einmal. Ja. Dann machen wir es einfach. Ja. Das sind ja jetzt die Ecke, wo man aus dem Luft schockt. Nur eine Ecke. Ja. Äh, hab ich einen? Ja, ich hab einen... Spycracker drinnen. Was ist das, wenn wir da haben, wenn's noch drauf ist? Ah, nein, der ist bei mir. Ist bei dir. Komm zu dir. Warte mal zwei. Warte mal zwei. Warte mal zwei. Warte mal lobbymäßig. Einer zumindest. Hey, hast du mal da. Scheiße. Okay, jetzt kommt Cäsar. Kommt Cäsar, dachte ich. Ja, ich schneide einmal den Weg. Jetzt kommt Cäsar. Kommt Cäsar, dachte ich. Ja, ich schneide einmal den Weg. Ja. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ich hätte ihn ja schon erschossen können. Oh, Cäsar. Ja, dann schau ich mal wieder meine Rissplatten an. Ich weiß nicht, wie man einen normalen Schlaf macht. Also wenn ich das unterscheiden könnte, zwischen normalen und anderen Schlaf. Ja, das ist wieder leer. Da kommt einer von vorne wieder von der Gabi her. Ja. Ja, ja, und zuck. Ja, und zuck. Genau. Scheiße. Ich bin tot. Ha! Hast du geklappt? Ja, wirklich. Ich bin tot. Ha! Hast du geklappt? Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Kommen wir mal. Dämpfen wir uns in dem Ding zu oben, oder? Ja. Kommen wir jetzt oben. Okay. Aber bei mir ist noch einer. ko premium. wash das spam-tracker drin? Das ist nur einer? Kommen wir mal Zazu. Zazu der zweite. Zazu. Ich bin echt mit mir zu. Weißt du, weißt du, weißt du, das wurde der Besagte. Ja, komm mal, komm mal her, ich auch noch. Dann hörts, mach's da mal, sonst komm nicht klar ums Eck. Ja. So, nachholzen. Nehmen wir mal alles und nachholzen, nachholzen. Ich hab das auch mal geklappt. Mössest du eigentlich cool, ich will sowas sagen. Das ist echt cool. Schön. Schön, das auch. Wolltest du von dir was Rucksack oder ist das dann wohl die Art Bonus? Nein, das ist von meinem Rucksack und ich hab von deinem Rucksack auf guter Schuss auch sein. So. Ah! Der Tür? Der war hinten, ja, hab ich aber nicht gepackt. Ah, okay, ich hab ihn umgehalten. Ja, und der Piraten oben da ist ja so. Piraten oben, der Bereich. Kann man aber jemanden nehmen? Sag mal. Ja, von hinten, das ist echt lang. Das macht er manchmal, manchmal macht er's nicht. Mach nur immerhin mehr drauf. Piraten unten. So. So. Der ist vor dir, nicht oben. Der ist vor mir, was ist das? Ja. Woher kommt der Dreieck? So. Du gehst da weg. Ja, er macht irgendwie komischen Geräusche. So. Du gehst da weg. Oh, da ist wieder ein Spy-Tracker drin. Und in die Mühle. Und in die Mühle. Und in die Mühle. Und in die Mühle. Ja. Ja, da ist wieder ein Zeug. Ja, ich bin schon da. Ja, da ist wieder ein Zeug. Ja, ich bin schon da. Der andere ist irgendwo raufgegetert. Also Cäsar wahrscheinlich. Raufgegetert? Ja. Ah, da hinten ist er beim Aquarium. Auf den Granate auf dem Aquarium. Ja, hinten neben der. Auf den Granate, neben der. Passt schon. Passt. Passt. Da hat er schon wieder durch. Ich hab bloß noch eine Mini. Aber drei Granaten. Ja. Fix nochmal das, was ich jetzt hab. Guck mal, nein. Schöp die Sape. Ich komm und die weh. Scheiße. Oder? Nein, so ne 100. 100 Schuss. Passt schon. Wie sieht man da die Mini? Links, über der Mini. Du kannst auch mal nach Hause. Du kannst auch mal nach Hause. Es ist x. Wenn man nicht langdrucker, weil langdrucker, dann sitzt man den Feuermotor. Ich steck jetzt einfach mal da hin. Scheiße. Ich werde jetzt einfach da steig. Wuh! Ja, das war alles. Wenn ich nicht angezeigt werde, dann ist er vor dir. Wenn ich nicht angezeigt werde, dann ist er hinter dir. Das Bezug hat mich nicht gesehen. Nein, weil wir beim Zoll. Ist der Omit? Nein, der hat ein Ding geschmissen, eine Mine, so eine Granate, glaube ich. So, passt schon halt. Irgendwie der Arten. Ja, der wird jetzt wahrscheinlich bloß noch bei dir kommen. Ja, ja. Dann gibt es einen anderen Eingang auch, wenn er da hinten hockt. Wer da hockt? Ja. Ja, durch die Schlüftgeschichte kümmern wir uns halt ein bisschen an der Oferdau aus, in dem Bereich. Kann das glaube ich nicht. Ja, das kann ich nicht. Du musst irgendwie hicken, dass er einen nicht sendet. Da kann ich nicht nix hicken, nein. Du kannst ein bisschen Schattenverstecker und hoffen, dass er gar keine Nachtsicht hat. Ja. Jetzt hofft. Wir wollen jetzt drücken. Mhm. Wie gesagt, so? Hey! Oder die? Ja. Ich hoffe, dass ich gekommen bin. Scheiße. Was ist denn jetzt? Was ist denn das? Was? Selbstmord. Wie? Ja. Ja. Der Turbo. Willst du es eh so machen? Nee, geil. Du musst halt in erster Linie vorn schauen. Da habe ich einen Spy Tracker platziert und den Gang auch nochmal. Ja. Der sitzt ja schon da drin. Schalldassend vor den Unterwasserpassagen. Schalldassend. Oder zornig nochmal. Oder. Oder. Schalldassend. EMP. Ja. Richtig geschätzt. Was? Das war der. Der wollte halt in der Mine eigentlich. Der war schon ums Eck rum. Also nicht ums Eck. Ja. Das war meine. Letztlich. Sonst ist nichts mehr da drin. Bloß noch eine Granate. Das ist eine Mine. Ich glaube da. Die Mine? Ja. Ja. Ich war da an der Wind. Aber die war eigentlich einigermaßen sichtbar. Ja. Ja. Da muss ja die Normale auch durchgehen. So wie die weggegangen ist. Die hat sich ja durch zwei wahrscheinlich. Oder alle zwei rum. Na. Vielleicht. Dementsprechend war der extrem schnell. Ja. Vor allem wenn die Laserminen kommen vorbei. Aber die normalen Bewegungsminen. Eigentlich nicht so leicht. Eigentlich nicht so leicht. Ja. Und wechseln. Ok. Damit hast du mich dann erinnert. Ja. Jetzt muss ich eine andere Mine nehmen. Was ist das? Ja. Ja. Gut, dass du jetzt als dritter entspannst. Guck's. Da machen wir schon eine. Das war ja. Ich hab's ja dafür zeichnet immer. Ja. Ich hab's ja immer. Ich hab's ja immer dafür zeichnet immer. Ja, das ist noch viel. Ja, da kannst du ein bisschen Brat haben. Jawoll, hier ist ein Iphu. Wie ist das? Ein Iphu. Ein Iphu. Ein Iphu. Ja, alle sind auch verdeckend. Ja, alle sind auch verdeckend. Seidens hinter Schocks. Seidens, du vollen Schlauch. Ist da noch Ophers Raphael drin? Weiß ich nicht. Kannst du essen. Nein, das ist Ophers. Nein, der hat schon mal gegessen. Das sind die uralten. Die drunter sind alte. Die drunter sind alte. Die drunter sind gut. Na? Nein. Sicher. Wenn die drunter sind, dann sind sie nicht drin. Na? Wenn die drunter sind, dann sind gar keine drin. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Du willst jetzt meinen Rumi schon glatt sein. Ja, aber du hast noch einen. Also es ist kein Problem. Eigentlich ist es kein Problem, weil es ist in der Fris. Was? Warum bist du da nicht? Nein. Ich bin da weg von der Droge. Ich versuch's zumindest. Aber nur, dann stopf ich dann wieder voll mit dem Zeug. Start. 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 Ja, hast du irgendwas anderes zum Essen? Das wär mir auch nicht los. Ich hab noch ein Eingefroren Sushi. Ein was? Eingefroren Sushi. Du isst Eingefroren Sushi? Nein, ich hab ein Eingefroren Sushi. Das schmeckt so beschissen. Das lässt du doch gar nicht vorstellen. Ich lebe mal Mathe. So wie ich muss auf deinem Schmarrnort. Ich lebe mal Mathe. Hör doch mal du ein Küssen her da.